Musik Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Mega Man Unlimited von dem 93.2, wobei der Gloomans-Test in dir weiter was bist du denn? Du bist einer, der mir Energie gibt, ach du bist so süß und freundlich, ich hab dich so zum Kuscheln gern Wow, what the hell, was war das? Ich habe ein helles Licht gesehen, hat mich ein Zug erwischt Auf, oh, wacke der, wie nenne ich dich? Ja, warte, hörst du mal auf hier, hörst du jetzt mal auf Hm, ich glaube nicht, nenne ich Brainstormer Du machst nämlich auch so Du erhältst den Raum mit einem Sturm aus Gedanken Weiter, 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 du kannst durch Wände schießen, schießt durch Wände Verdammt, verdammt, du machst viel Schaden Kommt du her Der Tag kommt mir jetzt gar nicht so schwierig vor Und ich habe noch Energietank zur Reserve, das darf ich nicht vergessen Ja, nein, nicht der Brainstormer Oh, erwischt Ja, da haben wir Energie Ja, ha Hey, da, da Hossa Hossa Arriba Andere, andere Oh, Montagschuss Ja Jawohl, richtig so Ne, nimmst du wohl die Schraube mit? Ich habe eine Schraube locker, da brauche ich immer mehr Schrauben Sehr nett Sehr nett, dort was zu Oh, warum bist du auch so Das ist nicht weh Oh, Backe Oho Na, nein Hör mir doch auf Jawohl Yes, yes, yes Ach, hör mir doch auf Hör mir doch auf Da, keine Munitione Keine Munitione Nitroblast 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 macht gute Schaden Gute Schaden machen wir auch die Eier Oh, Mann Zwei Schnabelbox hintereinander Und das mit dem E-Tank war sowas von bescheiden Sowas von bescheiden Das kann man nicht mehr in Worte fassen Einfach weiter, 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 weiter Hör mir doch auf Hör mal Nein, 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 nein Du sollst nicht nachdenken Du sollst nicht nachdenken Nachdenken ist hier verboten bei dir Oh, mein großer C Was muss der schon alles einsteigen Der ist schon ganz blau Also noch brauer als sonst so Dich erwische ich zuerst Brandstormer Yes, jawohl Yes Mit dem Nitroblast kann ich aber sicher auch den Schnabelbock erledigen Wenn dir die rote Mülltonne nicht wäre Ach, verdammt Ja, ich weiß Ich kann langsam schießen Wissen wir nicht sagen Jawohl Jawohl Drei Traffer Drei oder vier Traffer Und du bist gebraten Und gleiche bin ich auch gebraten Dann schließe ich Nein, 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 nein Nein, nein Bei mir haß ich der Magen um Und auch der Motor Ich habe wieder das Gefühl Ich bin kurz vorm Ende Ich bin kurz vorm Ende Aber ich versau Versaus wieder mal So arg Dass sich jeder Mega Man Spieler Der Früher gelebt hat Na gut Die würden noch leben Die würden doch Die würden sich hier An den Tisch An die Schnauze hauen Und denken Ach, herrje Was macht er da nur Oh, Leben 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 Wofür bringt mir eigentlich das Leben Wenn ich einen Energietank habe Und ich habe auch nicht mal die passenden Waffen Das kann ich jetzt nicht mehr hinkriegen Leider war Oh, bin ich blöd Ich bin sowas von blöd Wie tank Weapon tank All energy is up to max Somit kann ich es schaffen Da, schneller Yes Du hältst viel aus, Bräunchen Ich halte aber genauso viel aus Oh Die hole ich mir Komm schon Bleib da Bleib da Dankeschön Mit dem großen Zeh eingesammelt Sehr effektiv Jawohl Ein ausgeschadet Der andere wird noch kommen Der andere wird dir folgen Ins jenseits Auf die Schuhe Auf die Müllheide wird er dir folgen Aha Zwei Treffer Jawohl Weg ist er Dann mache ich mal Erstmal den 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 YouTube Blast Jawohl Yes So soll es sein So soll es sein Yes Yes Wenn ich es jetzt Mit dem letzten Leben schaffe Ich werde es so feiern Was kommt hier? Nein, nein, nein Da unten gehe ich nicht lang Wäre ja noch schöner Entfernerweiten Ja Komm schon Das kann ich doch noch schaffen Das kann ich schaffen Sind das drei oder? Oh, das sind drei Verdammt noch mal Das sind drei Kleine Schweinchen Energie 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 Das ist der Weapon Denk Und Fallen Muss ich Fallen Nein Weg 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 Dankeschön Oh Ich sehe schon Ich sehe schon Was ich hier Von einem wollen Ich sehe oben den Stachel Nein Weg 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 Na toll Darum ist auch ein Stachel D Wie Ich habe Das sind особ Ich mach das jetzt nochmal. Ich bin kurz zum Schluss. Ich spüre das bis zu meinen tiefsten Knochen, bis zu meinen tiefsten Eingewein. Vielleicht hätte ich mir einen Stachelschutz kaufen sollen. Ich setz auch vorbei. Also stimmt, ich hatte einen Energietank und ein Leben. Stimmt ja. Continue the stage. Do the end. Again and again. Yes. So wird's gemacht. Ich werde diesmal alles geben. Kein Leben werde ich lassen, bis ich zur Hälfte gekommen bin. Jawohl. Yes, yes, yes. Und noch einmal. Yes. Alright, alright, alright. Komm schon. Ich kann ja sein. Ah, verdammt. Energie, ja, aber kein Leben werde ich lassen. Dabei werde ich's belassen, ja. Ah. Deine Kraft gegen euch gesetzt. Zum Glück habe ich schon mal eine Rush-Waffen. Ja gut, Rush-Utensilien. Sonst hätte ich den mit Stacheln bespickten Pfad gehen müssen. Ja, 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 ja. Das war Kinderbarm-Haupte vorbei. Das ist der Mother. Falls es euch wundert, solche Töne helfen mir, mich zu konzentrieren. Das ist wie so Hä, 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 hä. So wie wenn man sich, wenn man sich eben, wenn man sich eben, wenn man etwas balanciert oder sich konzentriert, dann macht man solche Geräusche. Das hilft. Neuses make everything better. Da, nein, 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 nein. Da, und Verwunderkeit ausnutzen. Jawohl. So wird's gemacht. So und nicht anders. Aha. Na hey. Und jetzt, wo ich weiß, dass ich auch noch die Waffen habe, kann ich, ähm, auch den Schnabelbarm besser erledigen. Nicht bewegen. Nicht be- Danke schön. Wenn der jetzt hier Energie getroppt hätte. Jawohl. Das wär's gewesen. Hat das immer Energie, oder was? Okay, der... Ja, schnabelb... Ich reich mir noch die Ohrläppchen ab. So tief eingeatmet, dass mein Ohr durchgeworden ist. Das muss ich auch erst mal hinkriegen. Ich mach's wahrscheinlich jetzt am besten mit dem Rush-Set. Dass ich jetzt mit dem Rush-Set darüber fliege, dann hab ich mir den Ärger. So. Zufrieden spiel. Dass ich unnötig was machen muss. Bitteschön. Du bist willkommen bei meinen Qualen Zuschauer zu sein. So schnell hab ich ihn, glaub ich, bisher noch nie fertig gekriegt. Ich verbessere mich zum... Lässt du mal los, die Leiter. Oder möchtest du mit dir eine Familie gründen? Ist es schon so weit gekommen? Denn... Ich bin auch in diese Leiter verliebt. Woja? Dieser Leiter hat etwas Elegantes. Schmalers an sich. Das mich einfach betört. Wie ein Aphrodisiacum. Oh, was ich mit dieser Leiter anstellen würde. Was wohl die Leute mit mir in diesen mit den weißen Schutzwesten da mit mir anstellen würden. Kann man sich nur ausmalen. Leibmann, Dankeschön. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Schau mal dich, schau mal so. Ab, 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 ab. Aha! Kaum bist du geboren. Hier ist der Hof. Rückfeuer. Du mese kleine Sau. Ja, weiter. Okay, jetzt raschett. Jawohl, so geht's. So geht's. Jawohl, so geht's. Jawohl. Schnellabend hier. Aufgespießt und geröstet. Und dann da oben haben wir ne Schraube beim Prinz ist da. Halliopp. Nein. Nein, jetzt ist er wieder da. Die respondent ja so schnell wie Kirschen. Jawohl. Hol ich mir den oder? Ach nein, ich lasse es einfach schnell weg, bevor ihr hier einen Geistesblitz kriegt. Jawohl, so wird's gemacht. Ich weiß, den Spruch verwende ich jetzt sehr oft. Ich hab manchmal so Phasen, da hänge ich einfach an einem Spruch oder einem Wort fest. da oben haben wir auch noch mal Energie. 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 Geh. Energie. Energie. Geh. 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 Einmal muss ich ja getroffen werden. Jawoll, so wird's gemacht. Perfekt! Okay, der nächste Schnabel-Ball kann ich mit dem Nitro Blast machen. Wow, die einzelnen Draften haben ihm auch schon angemacht. Je-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Da kam Brainstormer, oder? Da kam da doch keine Brainstormer. Ja, genau. Du kamst da! Ha! Nanananana! Aus Prinzip hab ich dich jetzt getötet. Aus Prinzip! Jawoll! Und auch den Energietank noch nicht verwendet. Ihr seid drei, oder? Ja, haha, ich hab's mir gemerkt. Wir tragen alle im Himmel! Alles klar! Unten wie Tank zurück! Den verwende ich auch! Jawoll! Jawolligen! Und jetzt die verdammte Stelle! Runter! Jawoll! Jawoll! Ja, hört mir doch auf! Huh? Rotter! Wuuu! 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 Dich hasse ich! Dich hasse ich! Wuuu! Da! Lehm! Oh, du zuge- Oh, du zuge- Oh, du zuge- süßes Schicksal! Wuuu! Wuuu! Nein! Wuuu! 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 Warum hab ich nicht einmal wieder gemascht? Keinen Namen! Wuuu! 16 Minuten schon! Das wird ne... Das wird neuer... Das wird ein längerer Bad hier! So nah wie ich hier jetzt bin! Vergesst es Leute! Ich mach hier weiter! Geht ihr wissen? Zwei meinte mal so 25 Minuten Videos! Das wär mal nett! Kannst du haben mein Freund! Kannst du haben! Kannst du verdammt nochmal haben! Oh! Ich will... Nein! Ich muss ja weiter! Aber ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht so wie bei den anderen Spielen... Kann ich ja hier nicht einfach aufhören! Das ist ja das Problem! Ai! Naja, weil ich kurz schon verwundet war... Deshalb konntest du mir nicht antun! Hehe! Ich hab noch einen in meinen Energietank! Den kann ich vor dem Boss nehmen! Weil, Buster Only Challenge! Drei... Wanns jetzt? Drei Buster? Ah! Ich hab ja... Also ich hatte jetzt... Ich hatte Nitro-Man... Was mach ich schon im Gucke?! Ich wollte sagen, bei Nitro-Man und... Ähm... Treadman habe ich schon mit der... Mit der... Challenge! Aber hier... Oh! Oh! Und ich dachte, das sah so gut aus! Ich hatte sogar ein extra Lehm, aber nö! Du verdammter Raffelkopf! Dann musstest du es mir... Wieder nehmen! Dieses... Sichere Gefühl! Angekommen zu sein! Wenn ich den finde, der dich gemacht hat... Dem werde ich was... Dem werde ich was geigen! Das Lied vom Sterbenden Schwan! Das werde ich ihm geigen! Es gibt noch kein Geigenstück davon! Kein Problem! Ich kann noch keine Geige spielen! Ich bin so sauer! Warte 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 warte... BABOOM ihr! BABOOM BABOOM BABOOM! Ohh! Was mach ich?! Was mach ich?! Ich wollte nicht rechts springen, ich wollte nur ein bisschen springen, dass ich ihn in die Schnabel sch... ...schneiden könnt! Es hat so gut angefangen... Na gut, angefangen hat es nicht gut, aber der Mittelteil war gut. Nein, jetzt ist dafür halt der Schluss wieder. Komm schon, Christian. Lass die... Lass das kumpige Gesicht. Dafür schaffst du es beim nächsten Part. Im nächsten Part wird Klumen fallen. Glaub daran. Du kannst was. Du darfst halt nicht so hektisch sein. Genau, wie jetzt. Da hat er der Samstag-Gegner wie Brainstormarker. Gar keine Chance, dir was anzutun. Jawoll, richtig so. Alles klar. Kinder, deshalb holt euch keine Piercings. Sonst bekommt ihr nämlich sowas dabei raus. In your face. Oh, ich werde dich erledigen. Ich habe auch nicht mal... Ich habe nicht mal die richtigen Waffen. Mit dem Buster geht es zwar auch. Ich weiß, ich weiß. Aber es braucht einfach zu viel Zeit. Und in der Zeit kann ich getroffen werden. Vielleicht sollte ich mir dafür dann den... Den kleinen Energie-Tank holen, damit ich dann... Bald wieder volle habe. Und auch ein paar extra Schrauben. Wunderbar. So. Ja, das weiß ich zumindest wichtig. Ich kann jetzt schon mal mir merken, wie ich diese Gegner am besten ausschalte. Und dann ist das... Ist das ganze Gesterbe jetzt auch wieder nicht umsonst. Jawoll. Ein Gegner. Kommt auch der zweite Gegner. Natürlich kommt er. Und wie er kommt. Haha. Habt ihr es gesehen. Du alter Stampfer, du. Ja. Jawoll. Es geht ja doch. Haha. Weiter. Weiterspringen. Nein. 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 Echt. Schnabel-Tier sind doch eigentlich ganz friedliche Wesen. Aber hier sind die monströse Gestalten. Monströse Gestalten. Die ihre Bruderwein werfen. Was sind das für Mütter? Gut. Gehen wir erstmal in den Schab... Was können wir uns denn schönes holen? Oh, ich glaube schon viel. Dann hole ich mir erstmal so einen Stachelschutz. Sicher ist sicher. Ja. Nein. Er geht in den Kals. Gut. Oh, Torn seine zwei Gesichter. Okay. Mini-Eatank kann ich mir holen. Dann habe ich sogar drei Intanks zur Verfügung. Zwei Leben. Und auch ein Stachelschutz. Schutz. Gut, meine Damen und Herren. Falls Ihnen dieser Part gefallen hat, dann lass uns es mich bitte wissen. Clue-Man. Ja, genau. Ich rede mit dir. Auch wenn ich dich so aussehe, im Inneren finstere ich dich mit Augen an... Eugle ich dich mit finsteren Blicken an. Oh, hallo, süßer. Wie geht's denn so? Dich werde ich im nächsten Part nochmal versuchen und auch besiegen. Glaub daran. Dein Ende wird kommen. Und der nächste Part wird auch kommen, meine Damen und Herren. Bis dahin sagt ihr 93 Chobo, I love to entertain you. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. And goodbye.